Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Neue Gespräche über Waffenruhe in Nahost. In den letzten Wochen haben sich die Bemühungen um eine Waffenruhe im Nahostkonflikt intensifiziert. Die fortdauernden Kämpfe zwischen den verschiedenen Gruppierungen in der Region haben erneut das Augenmerk der internationalen Gemeinschaft auf sich gezogen. Ein kürzlich stattgefundenes Treffen zwischen hochrangigen Diplomaten könnte einen Wendepunkt darstellen. Hinter verschlossenen Türen wurde über mögliche Bedingungen für eine Waffenruhe diskutiert, wobei alle Beteiligten um eine Deeskalation der Gewalt bemüht sind. Nach Informationen von Politikern und Diplomaten habe es konstruktive Gespräche gegeben. Ein Vertreter einer der größeren Parteien hat betont, dass der Wille zur Beendigung der Kampfhandlungen da ist. Zugleich wurde jedoch betont, dass der Weg zu einer nachhaltigen Lösung komplex ist und viele Herausforderungen mit sich bringt. Die Fragen um Grenze, Sicherheit und die Rückkehr von Flüchtlingen sind zentrale Themen, die in diesen Verhandlungen angesprochen wurden. Ein weiterer Teilnehmer an den Gesprächen hat hervorgehoben, dass die humanitäre Lage in der Region nicht länger ignoriert werden kann. Die Zivilbevölkerung leidet unter den anhaltenden Konflikten, was bei vielen wichtigen Entscheidungsträgern Besorgnis auslöst. Es ist notwendig, nicht nur eine militärische Lösung zu finden, sondern auch die humanitären Bedürfnisse der betroffenen Menschen zu berücksichtigen. Einige Diplomaten haben daher argumentiert, dass ein sofortiger Waffenstillstand nicht nur militärische, sondern auch humanitäre Interventionen einschließen sollte. Ein Diplomatenkreis hat außerdem angedeutet, dass die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft für den Friedensprozess entscheidend sein könnte. Verschiedene Staaten, darunter auch die USA und mehrere europäische Länder, haben sich bereit erklärt, als Vermittler aufzutreten. In diesem Zusammenhang sei auch die Rolle regionaler Akteure von Bedeutung, da sie direkten Einfluss auf die Gruppierungen im Konflikt hätten. Die Sorgen über eine mögliche Eskalation der Gewalt hätten zu einem erneuten Aufruf an alle Seiten geführt, sich an frühere Vereinbarungen zu erinnern, die bereits in der Vergangenheit getroffen wurden. Es habe Vorschläge gegeben, die auf eine schrittweise Reduzierung der militärischen Aktivitäten abzielen. Quelle zufolge habe ein hochrangiger Diplomat erläutert, dass anhaltende gewaltsame Auseinandersetzungen nicht nur die Stabilität der Region gefährdeten, sondern auch langfristige Friedensbemühungen erschwerten. Abschließend sei jedoch angemerkt worden, dass der Erfolg der Gespräche von der Bereitschaft aller Beteiligten abhänge, Kompromisse einzugehen und die Bedürfnisse der Betroffenen in den Vordergrund zu stellen. Sollte es den Entscheidungsträgern gelingen, einen konsensualen Ansatz zu finden, könnten die Bemühungen um eine Waffenruhe der erste Schritt in eine friedlichere Zukunft für die Region sein. Mittwoch, 14. August, 24 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.